Grüß und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisteinhof hier in der letzten Folge haben wir ja angefangen anzusehen, aber da bin ich auf dem Versace grubeln, weil wir ja keine Direktzeit haben. Und jetzt hat er grubelt und das soll ich ihm zum Ansehen geschickt. Und gedüngt ist auch schon alles und jetzt müssen wir mal schauen wie es weitergeht. Der Billettierer ist alle. Ja jetzt doch. 1500 haben wir jetzt noch gekriegt. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie schaut es mit der Wesen wieder vorne aus? Ich glaube das müssen wir noch kolken und düngen. Kolken müssen wir es. Ah, der steht jetzt da vorne frei. Dann holen wir einmal das mit dem. Und ja, dann geht es weiter in einer Sicht. So, vorne eine. Und ja, dann geht es weiter. So. Jetzt geht es weiter. Holen. Holen. Wiesen machen. Und schauen wir mal weiter. Ob der schon fertig ist. So. Kuppeln. Und dann. Ah, das ist das Ding jetzt. Aber das muss ich. Jetzt machen wir mal rum. Dann. Dann machen wir mal die Wiesen. Falken. Falken. Und hier noch ein. Ja. Draußen an sich. Von der. So. Und jetzt nicht. Und jetzt wird das. Die ist selten. Da weich. Und. Und hier. Und. Wie ist das? Und wir müssen jetzt. Und unser Lager eigentlich Volk. Nö. Gott. Vorher hat man nicht die Paletten da oben stehen lassen, aber das werde ich dabei brauchen, ob man ein paar Mod kriegen. Das war's für heute. Und das war's für heute. ah das funktioniert ja wieder nicht das funktioniert weil sie groß ist danke chance wo es einer wachstumsstufe bist ich glaube das geht mir schon wieder mein so jetzt wir besuchen Ja. Das ist auch nicht. Ich hoffe, es geht nicht aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sollen wir den Unimog wieder machen, das hat es ja schon gefeiert in einer Timelapse. Und ja. Oh. Es ist da hin mit Kostmann. Ah, da ist noch voll. Und dann schauen wir kurz mal weiter, wie es ausschaut. Und dann ist mal das wieder. Ingen. Ah, da. Badang. Aufsamein. Und dann haben wir eh für die Folge fertig. Jo. Das war's endlich. Wieder das Wappel. Und dann zu meiner nächsten Folge. Badang. Und dann zu meiner nächsten Folge. Und dann zu meiner nächsten Folge. Mhm. So. Das. Ja. Kaffee Ich werde jetzt ein paar oder vier Bohnen machen, wenn ich das auch fertig bin. Da kann ich es eigentlich, wird man warm und kalt auch fertig sein, als man nicht so kalt. Jo. 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 Oh, let's step on. So, dann ist es fertig. So, dann kommen wir schnell einmal zu dem her. Jut, dann kommen wir jetzt auf Ruckstein. Der ist auch gleich fertig, 3, 4, 4 und dann gleich mal gleich bei dem nächsten Video. Auf dem nächsten Fall. So. Das Volk muss auch noch geben. So. 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 So.